Strophe. Schade. Aber fahrst du. Guck mal, Strophe für deutsche Klimapolitik. Nichts geht. Mann. Hallo Leute, ich grüße euch. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Ein Loop zwischendurch. Heute mit Luisa Neubauer. Man glaubt es nicht. Gleich gibt es noch eine markige Ansage. Aber erstmal bereite ich hier einen wunderbaren Groove. Warst du das? Vielleicht. Gut. Rock and roll. Oh, heute den Ton. Oh, heute den Ton. Bis zum nächsten Mal. Man hört es ja ganz toll. Gut, dann machen wir erstmal die Ukulele dargeboten von Luisa Neubauer. Und bitte. Sehr gut. Und jetzt bereite ich noch einen zweiten Dingens vor. Hey, klasse. Okay, auch hier benötigen wir wieder die Ukulele. Weißt du noch, wie es geht? Das klingt doch nach Reggae. Here we go. Let's get together and feel all right. One love, one heart, let's get together and feel all right. One love, one heart, let's get together and feel all right. One love, one heart, let's get together and feel all right. Sofer. Let them all pass on their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt the world kind just to save his own? Believe in one love, one heart, let's get together and feel all right. All right, yeah. All right. One love, one heart, let's get together and feel all right. So, wir werden jetzt hier nicht mit dieser Neubauer, wenn sie an euch auch noch eine kleine Aufforderung, eine kleine Anfrage, ein Befehl, einen Königlichen hätte. Und zwar, das ist deine Kamera. Ja, das aber die. Ja, ja, genau. Hey, hi Leute. Die Welt ist komplett am Arsch, so kann man es sagen. Und es gibt niemanden, der genug tut aus der Politik. Und deswegen müssen wir auf die Straße gehen. Und das Schöne ist, machen wir alles zusammen am 24.9., also diesen September, freitags, überall in Deutschland, über 250 Mal gehen wir streiken. Und am Ende von diesem Video kommt ein Link eingeblendet, da findet ihr den Streik in eurer Nähe. Genau. Ist wichtig, kommt dazu, wir machen das alle zusammen. Wenn die Politik sich auf die Kette bekommt, machen wir es. Das ist richtig. Willst du auch im Start sagen? Ja, ich gucke gerade, ob ich da kann. Das Konzept des Streik, da geht man auch, wenn man nicht kann. Ach so, echt? Also, ich bin da in Hamburg, aber ich kann da ja auch was sagen. Zum Beispiel beim Hamburger Klimastreik. Da gibt es übrigens auch große musikalische Gäste, habe ich schon gehört. Ja. Darf ich schon auch nicht sagen, aber es wird nice. Hamburg ist gut. Ja. Hervorragend. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Habt, 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 habt. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen die gute Laune feiern. Mit eurer Unterstützung. One, two, three, go! Komm, mit uns auf die Straße und geht Klimastreik. Dankeschön fürs Dabeisein. Dankeschön, Luisa Neubauer. Ganz toll gemacht. Jetzt kommt kein Video, was ihr euch angucken könnt, sondern eine Aufforderung zu einem Link in der Videobeschreibung. Auf diesem Link findet ihr alle Streiks, die es in Deutschland gibt und wo und wann und wie ihr da hinkommt und all das draufklicken. Alle Leute einladen, die ihr kennt und am 24.9. mit uns auf die Straße gehen. Wir sehen uns. Checkt die Videobeschreibung, checkt es aus und wählt am 26., da ist nämlich Bundestagswahl, nicht nur, aber auch, wählt da möglichst sinnvoll. Muss ich euch ja nicht erzählen.